Ja, so, okay, ähm, ja, äh, ja, die letzten drei Tage jetzt wieder vor der Schule, von daher gibt es Bock, da jetzt irgendwas programmiert, hätte ich anzufangen, also nutze ich die letzten drei Tage jetzt wahrscheinlich erstens heute erstmal, ähm, um weiter Let's Play aufzunehmen und da haben wir gestern mit Freedom aufgehört, Freedom? Nein, Dark Encounter, äh, also kommt heute definitiv 2002 Doom Odyssey jetzt dran, und mal schauen, vielleicht fange ich das auch noch heute wieder von vorne an oder nehme wieder ein bisschen, äh, hier, Taktical Realism Mode auf, oder mal gucken, die anderen beiden, ja, mein Klo hat er gestern auch schon aufgenommen gehabt, ähm, Mini Doom, naja, also, das Spiel ist definitiv cool, ja, aber ich komme mit der Störung, war nicht klar, äh, von daher mal gucken, vielleicht versuche ich auch mal wieder eine Map von Mini Doom, aber ich glaube mal, das wird dann eher was hier zum Abkacken, also, äh, ja, wie dem auch sei, ähm, Dark Encounter, nee, Quatsch, 2002, Boom Odyssey, da, ja, 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 wie sollte passen, müsste passen, und wenn nicht, wird's scheiße, ich hab das Boom Old vergessen, äh, 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 so, und Punkt Roll, das haben wir jetzt für alle vier Befehle, das umgeändert hat, also jetzt, das ist in den Versionssystemen immer, sollte passen sein, Ah, okay, okay, 2002, Doom Odyssey, gut, gut, oh, ich hab keinen Rückzugspunkt, schade, ich treffe sie einfach nicht, oh, so, die erstmal weg, so, und jetzt muss ich mal gucken, äh, guck mal ein bisschen so, okay, jetzt schön nacheinander erstmal, abarbeiten, mach ich mal gleich mal so schön, ich dachte, Pinky, ja, scheiße, ist ja, Ende, äh, du, abau, du, sterben, ja, gar, so drauf gestanden, schon so ne Kacke hier, oh, sieht gut aus, oh, äh, kommst du her, dankeschön, äh, guck mal ob da auch welche sind, jetzt seh hier alles, der, relativ symmetrisch, nö, das sind keine, hätt ich das anders erwartet, aber gut, da sind auch noch Räume, kommen noch welche raus, ah, fährt nicht so, oh, da ist ein Knopf, muss man hier drücken, oder soll man hier nicht drücken, oder drückt der sich selber, ist der Suizid gefährdet, Bauernarzt, hat er Schmerzen, vielleicht irgendwas, ach, 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 da oben, Fackel, äh, Licht, ja, Feuer, hier wahrscheinlich auch, mhm, okay, ich würde sagen, jetzt sind wir überstanden, lass ich den Kurs zu feiern, also zu speichern, so, dann wollen wir mal, gehen wir mal frontal rein, können wir gar nicht, ach so, vielleicht ist dafür der Schalter, aha, nein, jetzt doch verarsche hier, gut, jetzt weit machen wir die mit, also noch ein Schalter, der weiß aber gut, die Tür, oder, oder, ah, dann sind auch noch ein Eingang, interessant, die Frage ist jetzt erstmal, wie komm ich ihn wieder raus, ach da, aha, ja, ist offen, oh mein Gott, oh mein Gott, noch ein paar von den, sarkastischen, ah, jetzt kann ich grad ein bisschen sehr schnell, ich hab jetzt mal Zeit zum reagieren, das ist jetzt der andere, oh die von so, weiß nicht was, aber beides so will er schon wieder oh, alter leck mich doch, wo kommst du denn jetzt her? oh, ey, ernsthaft, wow! ich hab wow also ich hab wieder wo man muss ich wieder halt runter antragen ich komme ja noch durch ich glaube ja oh da hinten ist ein pipilein und zwar ein roter halt also der hat einen minigun also ein guter also gut sind alle aber einer hat wirklich hilft und nicht so wie der plasmatyp da und selber schaden zufügt und einfach nur rum steht bei feiner gase hallo noch mehr hm kann ich jetzt schon befreien das problem ist wenn ich da rein springen komme ich da nicht mehr raus also da hinten sind zwar welche aber ich weiß nicht ob die für mich auch geeignet sind die wo 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 Okay, ich brauche schon mal was Blaues. Interessant. Alter, die Texturen, ey, ist ja... boah. Ja, und das hier, das sollen wohl, wie gesagt, keine Gedärme darstellen, wie ich immer dachte, sondern das sollen ja so ne Saukneffe, also das sind Tentakel. Das hier ist also kein Horror-Game, sondern ein Hentai-Game. Da ist also ein kleiner Unterschied. Müsst ihr wirklich auch mal spielen, ey. Okay, okay, das nächste Out of Order, let's play mit Hentai-Game. Gibt es nämlich und habe ich nämlich. Aber ich glaube, das muss ich dann richtig disclaimer, als wirklich erst ab 18 und sexual verherrlichen Menschen und Frauen diskriminierend und alles und noch was, weil das ist wirklich... Also, es ist halt Hentai-Doom. Also, ich meine, Doom an sich ist ja sowieso schon... Und äh... Und hentai ist auch so hhhhähähähähähähähä und hhhähähähähähähähähähähähähähähähähäh хочетсяcucai. Ne, von daher, also hhhähähähäh takiego... Hat man da natürlich keine Chance, dass da irgendwas Sinnvolles dabei rauskommt. Oha, macht ein paar. Ja, dann kann man weg. Munition! Achso, das waren die Räume. Mehr ist hier aber nicht. Doch, kann ich nur gebrochen? Mal schauen, ob da natürlich auch Munitions drin ist. Renn! Aua. Vollrinnen gerannt. An solchen Dingern hänge ich mich ja immer gerne mal auf. Vor allem, wenn ich krass von vorwiegendem flüchte. Ja, auch wieder solche Viecher. So, die Räume kann ich aber, äh, Rüstung. Die Munition kann ich aber noch nicht gebrauchen. Von daher lasse ich dir das erste Mal liegen, in der Hoffnung, dass ich die Spiele nicht vergesse, wenn ich sie dann brauche. Gut, da war blau. Dann kam ich hier rein. Na, darf nichts. Okay. Dann speitern. Und... Ja, würde ich mal sagen. Oh, danke. Achso, nee, bin ich das voll. Ach, nein. So, hier wollte ich ja die benutzen, ne? Für die P-Keys. Sehr schön. Als andere ist für die, wie gesagt, schon volle Verschwendung. Also... Ich meine, Plasma benutzen wir so kaum. Für die stärkeren Gegner nutzen wir ja, wenn wir dann ein bisschen mehr Distanz wahren können, äh, den Rocket Launcher. Von daher nutzt man Plasma wirklich relativ selten. Also eigentlich quasi gar nicht. Von daher kann man das schön benutzen, um die P-Keys hier einzuheizen. Das war's jetzt des Wortes. Oh, noch einer? Nein. Oha. Ah, da geht noch wieder rein. Ein schöner Kreis hier. Ja, mein Mitglied. Hm. Tut mir das hier weh? Weil Blut tut ja nicht immer weh. Ich hab kein Lama. Ich bauch dir weh. Mann weh. Bei ihm. Bei Blut ist es immer so, manchmal kriegt man da Schmerzen, manchmal kriegt man aber vom Schwirmblut, also von der Plötzlichkeit, die man das darstellen soll, äh, keine Schmerzen. Deswegen müssen wir uns immer so ein bisschen so älterraten. Oh, da ist die blaue Karte. Oh, da ist auch ein Pinky. Da ist ein Pinky. Ne, das ist ein Imp. Die doch ist ein Pinky. Da ist ein Pinky. Was, die haben wir vier gebraucht? Da hab ich fünf gebraucht. Aber da hab ich mich auch immer verschossen. Mh, man weiß es nicht. Oh. Ah, ich komm wieder direkt rein. Interessant. Komm ich da auch schon ran? Oder ist das ein Fall? Auf jeden Fall tut sich auch schon wieder rein. Ne, kommt man nicht ran. Schade eigentlich. Dann müssen wir da wohl rein. Ne, kommen wir gar nicht. Hä? Ähm, okay. Man möchte uns offiziell verarschen. Was bringt denn da rum hier? Wahrscheinlich müssen wir jetzt irgendwo woanders hin und das Ding da runterfahren lassen. Hier gehts ja noch in diese Dinger da rein, wo man Schaden bekommt. Wo man nur, ich hab keinen Bock auf Schaden. Warum kriege ich so mal Schaden? Die haben noch einen Schaden haben die doch. Ah, sobald hier sind es noch keine Dinger. Da kann man schon drauflaufen. Also nochmal Speicher. Und auf jeden Fall lass da gleich wieder Pinkys raftauchen. Äh, nein. Andere als ich, Gegner. Oh, da ist eine Barriere. Ah, ein Anzug. Ein Anzug. Ein Anzug. Nehme ich mir aber mal noch auf. Wobei, wir müssen eben so raus. Wo geht das da hin? Wo ist das? Ist das eine andere Seite? Aber weißt du was? Komm, fuck off. Ich nehm mal kurz kurz hier. Ach, die ist auch noch weiter. Gut. Ähm, wie kann man das? Kann man nicht? Ne, kann man nicht. Geht mal die andere Seite rein. Oha. Geht ja genau den da zum Beispiel. Da nutzt ich über Shot dran. Hä? Rocket Launcher. Auf jeden Fall macht Sinn und so. So, damit haben wir jetzt die Dinger gelowered. Ja, haben wir. Oha. Oha. Wow. Nein, meine Kacke ist leer. Ja, wie das Boot. Ja, super. Oh, komm, die leckerste. Oh, mal. Wow. Wow. Hat sich jetzt wieder irgendwas geändert? Ja, dringend runtergegangen. Deswegen ist hier also ein Healthpack, weil die noch wussten. Wenn mich hier wieder auftun, ist man tot. Oh, Alter, ernsthaft jetzt? Kein Respekt mehr. Kein Respekt. So, sind wir wieder hier? Ach ja, genau. Blau brauchen wir ja irgendwie eine andere Tür da reinzukommen. Einmal da. Und jetzt sind nicht ganz genau so eine Kacke. Kacke, 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 kacke. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott online wenn ihr noch die worte leben wir haben gar kein prozent leben der rekord hat auch wieder hier gut machen wir anders hier ein bisschen vor der Extermination Day einmal auf Speed das ist ja worauf wir uns hier einlassen äh oh hat er ja den ganzen Weg hier gemacht oh nein oh oh schnell ich habe es geschafft naja jetzt muss man ja auch überland müssen ne da muss man auch erstmal kundigen vor allem zwei andauern die Waffen wechseln weil wir andauern davon angekommen äh eh ist auch egal jetzt so hier nächste Wart kommt hier ganz ehrlich ha bumm bäm äh nicht richtig so und jetzt hier wollen wir hier noch einer also hast du das runter gefallen hier aber wie ist denn da unten kannst du auch bleiben da unten tust du keinem weh da unten tust du keinem weh so so hier sind wieder Kackodieben äh das bitte oder auch doch nicht so 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 da komm von da oder so wirst du schon wieder weg das ende mehr man hat er muss doch später durchs labo oder was da komm kommst du so da kann ich hin die frage ist nutzt sich da hin zu springen und krieg ich aufwärts wieder so viel schaden das ist hier kriege ich schaden hier krieg ich keinen das muss ja wo werden denn hoffe ich hast du dich gelohnt war eine teure investition jetzt schießt ich guck mal ein bisschen nach herzen, nach leben danke hallo, da, danke wer gibt es hier nicht? junge du darfst jetzt noch aufräumen, komm mal her jetzt, mitkommen da kann man diese Viecher nicht an die Leine nehmen man kann zwar sagen dass sie stehen bleiben sollen uns vor aber nicht dass sie sie mitkommen sollen noch ein bisschen leben, dankeschön so, hier hat es gerade jemand gestimmt ach Gott, da oben ja, mach die Pillars lass ich aber nicht angreifen oh mein Gott ich glaube ich helfe dir mal ein bisschen frage ich nur mit was äh, der schießt da umgegen will will are you kidding me? äh, so hoch kommt er aber nicht kommt mal der da ja, wirst du mal stehen hier wow 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 ja die die As- ja wie wie Ist das weg? Beide sind weg. Ha, alles gut. Danke. Hier kommen wir noch nicht rein. Da brauchen wir eine rothe Karte, da kommen wir also auch nicht rein. Da ist ein Schalter. Ah, ok. Also hier wird alles mit Schalter gelöst. Wieso hast du meinen Rücken? Boah, da ist noch einer. Oh, noch einer. Oh, noch einer. Oh, noch einer. Ich bin verkehend. Danke. Mann, ey. Zu blöd zum Ziel, ja, Ronny hier. So, mal wieder ein bisschen davon übernupfen. Oh, Gott. So. Okay. Okay. Uzi. Ist das die Tür? Ja, das ist die Tür. Oh, Gott. Hier rufen wir doch. Oh, mein Gott. Oh, nö. Fuck. Kann man einfach durchrennen? Der Räumt. Der Räumt. Der Räumt. Und jetzt? Kommen wir hier raus hier, ne? Hä? Was hab ich? Oh. Äh. Midi-Pack. Oh, so gut, okay. Dachtest schon, ich hab jetzt die Munition verschwendet. Wobei, die könnte ich eigentlich so gut machen. Dankeschön. Äh, hier ist Teleporter und... Ah, nee, das ist kein Ziel. Okay, okay. Ich kann also ruhig hier lang. Wow, ich bin... Ah, Leute. Äh, 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 ich bin immer draußen rum. Nein. Fuck. Das hat mir ja schon die Scheiße gerissen, ja. Erstmal so. Jetzt wieder zurück. Wartung, dass alle angekommen sind. Ich hab trotzdem so heftig Schaden bekommen. Whatever. Scheiße. Scheiße. Was hat der jetzt gemacht? Ja, das sagt man sich, dass er alles mit hat. Ah, nee, ist hier runtergefahren. Oh, interessant. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. I'm so fucked. Gut, hier ist gesperrt. Wow. Ja, ich hab's nicht so genau. Mach gut erstmal hier. Ich mach mal hier alles. Ich lebe hier so ein bisschen zurück hier. Ist mir hier... Gut, ich hab hier eine gute Deckung durch diese Wand hier. Aber... Mal gucken. Man sieht halt nichts. Teure. So, die nehme ich gerne. Ich auch. Ich auch. Du hast ne Feige gemacht. Das er der Kicken Schaden bekommt. Warum kriegst du wirklich nur ich Schaden? Das ist voll unfair. Ich meine, dass er keine Schaden bekommt ist ja schön. Aber die Feige könnte auch noch ein bisschen Schaden bekommen. Oha. Ja, genau. Mach gleich noch. Lass dich aber wirklich nicht angreifen. Oha. Hab ich nicht geschafft. Respekt. Respekti. Genau. Bitte schütt war nicht drinnen. Nicht. Es wäre unnötig. Einfach hinzuschlagen. Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist eine grundgefreie Fläche! Ich kann dich gerade lieber wieder nicht abschießen und würde dir irgendwie ausweichen. Hau dich auch dich schön dran. Bum, 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 bum. alle anderen was die sicherheit gefällt mir das stimmt hier rum nicht richtig schön selber die kann ja auch mal wieder ich brauche wieder paar raketen hier wie sieht hier eher schlecht aus aber auch noch eine 100er schachtel zu lieben Ok, gut, hier ist ein Leben und hier ist das Ende, das Exit, dankeschön. Oh mein Gott, oh mein Gott, ist das ein Secret? Hat sowas, ich hoffe das ist ein Secret. Ja, es ist ein Secret. Oh, mir war doch, das hat doch gelohnt, das hat doch Spaß gemacht, das war doch nice, das war doch mal schick, das war doch nice. Ist nur so, bis ich gerne jedes Secret. Am besten ohne Säure vorher, dann macht es auch noch mehr Spaß. Gott, Alter, das ist ganz nice. Mal abwechseln. Menkürbis, Hellnight, Menkürbis, Hellnight, Menkürbis, geht gar nichts. Alter, ich feiere diese Textur so extrem. Die war aber glaube ich auch schon bei dem Vanilladoom mit drin, oder? Bin ich mir grad echt nicht sicher. Keine Ahnung. Ich weiß nicht gerade, die ganze Schlüssel. Ich weiß nicht gerade echt nicht, ob die im Vanilladoom mit drin war. Keine Ahnung. Alter, aus so einem Terrain hier zu streifen ist immer scheiße. Da kannst du da und da runterfallen. So, Billo, wer macht denn sowas? So, erst für die der Bekate komme ich da ran, ne? Wahrscheinlich, ne, ne, komm ich nicht ran. Ist zu hoch oder das Lava? Mag ich beides nicht. So. Okay. Oh mein Gudness. Oh mein Gudness. Oh, ich hör schon wieder Pinky. Ich hör schon wieder Pinky. Bist ihr da? Hä? Wart was alle da sind? Nein! Oh mein Gudness. Oh meine Fresse. Alter. Ist das fertig. Oh, ich hab nie gespeichert. 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 Ich geh da hin da jetzt. Da hin. Los. Ah. Alle herkommen. Hä? Wo? Versicherung. Alle dort? Ja, doch. Hat's ein paar getroffen. Alter vier Stück, fünf Stück gestorben. Boah. 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 gleich noch mehr nehmen ach so hat wahrscheinlich den gelauert aber keine falle sehr schön hier gibt es ein sequent komm ich denn? danke, ich bin sehr freund so, gelbe karte haben, wir könnten also wieder rein, guck mal ganz kurz ja doch können wir, ok, dann hole ich erstmal dieses 100er pack für munition hier für was ist denn unser freund? ist der jetzt echt krepiert? gibt's doch gar nicht, der ist jetzt gerade echt krepiert, oder? och mann du arschgebundene Spuch, du ich lese vielleicht mal die Visitenkarten na egal, ne da, da? das hat man noch nicht geholt, oder? keine ahnung perfekt und unten in der Brühe ist auch noch ein Pinky, hört man gut, München haben wir jetzt soweit, außer Raketen, da sind wir langsam echt knapp vielleicht sollte man doch nicht so viele Mankybes damit abschießen, wenn wir nicht so viele Raketen hier rumliegen haben so, jetzt mach ich den gewagtesten Musch, den ich jemals gewagt habe ach so, siehste, ich wär auch noch heiß gewesen wow! nicht einen Schaden bekommen, uns würden dann gleich 50 Schaden bekommen, oder 100, oder 150 oder 150.000 äh, da so, sehr schön nein, ähm, das da und hier wird mir sein, wenn wir mal ein bisschen ein paar Raketen sparen quick save over your game quick save over your game ja 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 ja